Musik Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco. Ihr kennt mich bestimmt schon vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute bin ich auf dem Niederwürzbacher Hase unterwegs. Diese Tour ist etwa 14 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann kommt mit. Musik 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 So, ich wollte mich eigentlich gar nicht sehen. Ich wollte eigentlich eine ruhige Tour machen, aber jetzt melde ich mich. Laut Beschilderung wäre ich richtig gewesen, aber auf einmal war dann aber auch nichts mehr da. Dann habe ich geschaut, da geht es nicht nach Niederwürzbach. Ich bin komplett falsch. Ich habe auch Sarah zu Hause angerufen, die hat auch nachgeschaut. Keine Chance, ich fahre nach Niederwürzbach. Ich muss jetzt wieder ungefähr 500 Meter bis einen Kilometer zurück. So eine... Entschuldigung. Naja. Aber Hauptsache es regnet nicht, dann ist es nicht gerade so schlimm. In der Ortsmitte von Altsbach ist die Beschilderung komplett falsch. Ich dachte, die Beschilderung wäre aktueller wie die GBX-Datei, war aber leider nicht so. Der Weg war komplett in die andere Richtung. Da wollte ich gar nicht hin. Jaja, ich bin dann wieder zurück, laut GBX-Datei und jetzt bin ich auch wieder auf dem richtigen Weg. Ich werde die Gemeinde Bliskastel anschreiben, da sie die Beschilderung verbessern sollte. Ich bin mal gespannt, wenn dieses Video online geht, ob es dann schon gemacht worden ist. Sollte eigentlich, wäre dann über ein halbes Jahr her. Also, ich hoffe es wird gemacht. Es ist jetzt nicht mehr weit bis nach Niederwürzbach. Der letzte Kilometer, anderthalb, muss ich durch Niederwürzbach durchlaufen, bis ich wieder im Auto bin. Deswegen bedanke ich mich jetzt schon wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch, sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. hallo liebe wanderfreunde ihr kennt mich bestimmt schon ich bin der marco vom kanal strauchs wanderlust heute bin ich auf der tour und zwar auf dem hallo leute hier ist marco vom kanal strauchs wanderlust das wisst ihr bestimmt schon ich bin heute auf dem weg niederwürzbacher Hase diese tour ist etwa zehn kilometer lang das ist schwachsinn denn sie ist eher 14 kilometer hallo liebe wanderfreunde hier ist marco das wisst ihr bestimmt schon vom kanal strauchs wanderlust heute bin ich auf einer tour die etwa 14 kilometer lang ist und zwar auf dem niederwürzbacher Hase wenn ihr wissen wollt wie diese strecke so ist dann bleibt dran also im also in der ortsmitte altsbach da ist die wegeführung komplett daneben ich hoffe dies wird geändert ich schreibe die morgen spätestens an für euch war das jetzt schon über ein halbes jahr daher ich hoffe wenn dieses video jetzt online geht dass dann die wegbeschilderung den in der ortsmitte von altsbach da ist die in der ortsmitte von altsbach ist die beschilderung komplett falsch habe mich verlaufen dachte die beschilderung wäre aktueller wie die gbx datei war aber nicht so hätte mich an die gbx datei halten sollen naja ich werde dem touristik verband in der ortsmitte von altsbach ist die wegbeschilderung komplett falsch da stimmt nichts hat mich verlaufen dachte die beschilderung wäre aktueller wie die gbx datei war aber leider nicht so ich werde die die wegbeschilderung in der ortsmitte von altsbach ist komplett daneben hat nichts gepasst da ist eine weg mich am arsch jetzt jetzt ist es nicht mehr bald bis nach niederwürzbach die letzte abonnierede